Die neue Woche startet neblig bei Werten von 0 Grad. Im Laufe des Tages bedecken einzelne Wolken den Himmel und es wird eine Höchsttemperatur von 4 Grad erreicht. Nachts sinken die Werte in den Minusbereich, der Himmel zeigt sich wolkenlos. Am Dienstag wird das Wetter noch freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Tiefstwerte von minus 7 Grad gibt es dann aber am Mittwoch, auch von der Sonne ist nichts mehr zu sehen. Wolkenverhangen und regnerisch präsentiert sich der Donnerstag. Das Thermometer schafft es aber immerhin wieder, in den positiven Bereich zu klettern.